Boah, sieht das scheiße aus. Achso, das ist nur der Skin, das ist der Pro-Jekt. Oh mein Gott, ist das hässlich. Der Ike Horst. Ja. You're such a fucking hoe. Merkt ihr den Fehler? Der Jaswa heißt Skyward Katarina. Ja. Aber er spielt nicht Katarina. Ja. Sondern Gomez. Moritz 3-3. Call me punk. Mario Gomez. Loy, Moritz. Erstmal fragen, bist du Moritz aus Kaltenkirchen ehemals? Hast du schimmelige Haare? Ja, stimmt, den Moritz gibt's ja auch noch. Moritz aus Kaltenkirchen. Der ist Codebreaker, oder? Ja, der heißt irgendwie Rocky Monkey oder so, ne? Ach, Deserted Monkey, Junge. Genau so. Deserted Monkey. Was soll das denn heißen? Klar, Nachdischaffe oder so. Nachdischaffe. Oder desertierte Affe, wahrscheinlich eher. Oder Wüstenaffe. Wüstigalte Affe. Ja, ohne Scheiß. Ich dachte immer, dass er damit sagen wollte, unverwüstbarer Affe. Ja, unverwüstbarer ist der Undesertable Ape. Undesertable Ape. Indemitability. Warum hast du nur eigentlich TP mit? Tomom, Tomom. Nico. Wieso nicht? Ich hab nichts eingetellt, aber... Alles gut. Nimm keinen Farmer, nimm keine Kills. Also okay, warum hast du nicht Mecharinga? Nimm alle Kills, Nico. Hör ich die nicht ab. Okay. Gibt's den überhaupt? Ja. Echt? Lone Life ist einfach Ui. Als ob. Doch, fragt er nicht. Na, was ist los? Mecharinga. Mecharinga. Natürlich gibt's den, den hab ich sogar. Geil. Die verschwendetsten 10 Euro, die ich hier investiert habe. Sieht nämlich richtig kacke aus. Das Ding ist, der hat richtig coole Chromas, ne? Damit sieht er richtig fancy aus. Und das Voice-Over ist halt ultra geil. Aber der normale Skin ist einfach richtig hässlich. Heute Nacht, die haben wir. You're such a fucking... Bronze. 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 Bronzi Buddy. Hallo, mein Bronzi Buddy. Ach ja, Jungs, vielleicht hab ich auf dem Account ja auch noch für 6 Spiele in Chatbarn. Könnt ihr sagen. Alter, Serdi, was ist los, Serdi? Der Rest auf dem Account auch noch einen. Herr Oberst, Cedric bitte. Wieso? Salz. Alter, was ging hier für Mucke ab? Was ist passiert hier? Yeah. Hey, Serdi, Serdi. So, ich hab ewig keinen K6 mehr gespielt. Was mach ich am Start? Coo, W? Was soll ich? Coo, mein Support. Mein Wingman. Tamam, tamam. Der nach W. Serdi. Oder noch E. Oh my god. Aber du machst nicht das. Die mach ich nicht. Die machst du nicht, du stirbst. Save Gold. Du stirbst? Okay, also mach ich erst die. Dann Wölfe. Dann Wölfe. Oder so. Du kannst auch das machen. Dann gehst du einmal hier Krabbe machen. Ja, ja. Und dann gehst du dahin. Genau. Oder du machst vorher die Krabbe. Ja. Die krasse Krabbe. Die krasse Krabbe Pizza ist die Pizza. Die Pizza für dich und Nick. KZX. KZX. Autogrammstelle nach der Runde. 5 Euro pro Bustabe. Ja, eigentlich schon, ne? Moritz 3333. Ich will doch die Zahlen. Die zählen nicht. Die zählen nicht. Null. Danke sehr. Danke sehr, Draven. Okay. Moritz ist am Start. Ehrenmann. Ehrenbruder. Richtige Ehrenbruder. Moritz, Moritz, Moritz. Moritz. Moritz bleibt treu. Oh, ich geb die Hälfte. Schiech. Herr Knuckle, was soll denn das? Der Bonsy-Buddy ist noch gar nicht gespawnt. Ja, das dauert auch ein bisschen. Hatte Moritz nicht sogar meine Freundin, als er hier auf dem TS war? Ja. Er hat sich auch gedacht, ich hoffe, Moritz bleibt treu. Oh, lol. Ich bin nebengeschossen. Ich hoffe, das sieht man nicht. I don't know. In der Aufnahme. Ich hab's gesehen. Weil du nimmst das auf. Nee. Ja. Scheiße. Ich wüsste nicht, dass ich dir dazu gestimmt habe. Doch, ich hab doch eben gefragt. Wo ist die unterstieg? War ich bestimmt gerade noch. Noch meine Milch aus der Schüssel entfernen? Warum sollte ich sonst, wenn wir anfangs nur spielen, sagen, Yo, Leute, willkommen zur League of Legends. So, ob ihr alle so nicht wüsstet, so, Ah ja, stimmt, wir spielen ja allein. Ist schon schwierig, ne? Ja, wenn jemand was dagegen hat, dann... Ich. Dann band ich mich einfach. Ich dachte, ich dachte, dass wir Heroes of... Oh, die beam die Hits. Heroes of Newells oder so. Ja, auf die hier, auf die hier. Die kriegen wir. Easy. Easy. Good job, yo. Heroes of Walking Dead. Yo, Mann. Heroes of the Storm. Heroes of... Lol, ich hab jemand die Krusty Krab gemacht. Lol. Wir machen als nächstes Mal deine Fähigkeit auf E. Habe ich auch, ich hab QW und jetzt wollte ich eh machen. QW, eh, eh, eh. Geben einmal und dann. Ja, ja, ja. Brauchen wir nichts, dann, wenn wir die fighten wollen. Easy, easy. Haram, haram. What the fuck? Was? What the fuck? Daniel, ich komme mal, komm mal hier, topside. Topside, North and jungle. Brauchen halt ein Level ab, ne? Einfach tot, dann. Wird's witzigen Wort stehen? Äh, glaube ich nicht. Man sieht's doch einfach mal reingehen. Oh. Ansonsten kommt zu mir? Ja. Oh, shit. Das hat sich survived, I'm sorry. Alles gut, hat sie geflasht? Ja. Hat sie. Zu 80% bin ich mir sicher. Nice, okay, sehr, sehr nice, Rengar. Ich bin tot, Minions, okay. Nice, richtig nice. Ich versuche mal, irgendwen von denen in diesem Käfig zu... Ja, genau. Ja, vergänglich. Daniel, ich werde nochmal mitgekommen. Ja, das ist ein bisschen überlegt. Weil ich bin ein schwieriger Lux. Alles in Ordnung. War knapp, war knapp. Ja, ich habe vergessen, dass der Q jetzt... Ja, ja. Nee, wie ich erscheine. Früher hat sich geschwittert bei der Q hier einfach immer noch... Und noch klicken. Ja, ja, genau. Ja, sie ist tot. Oh, love. Nice, Daniel. Du auch. Gut, ja. Bruder voll luder, Bros. before us. Das war ich die Geister. Die Geister, die ich rief. Geister. Die Raptoren. Oh my god, I'm a man. This means work. G, S, S. Alter, Nico ist ja schon richtig im Faschalgaung. Krass. Total, total. Total. Alter, Nico ist ja. Faschalgaung, Alter. Nico, wieso habe ich dich eigentlich die letzten Tage nicht bei Famila gesehen? Äh, ich habe... Weißt du, wir haben heute Inventur, ich knüppel die Überstunden und du bist nicht da. Die bessere Frage ist, warum war er nicht im Orange? Bei uns haben wir Inventur schon, äh, in unserer Abteilung abgeschlossen, tatsächlich. Echt? Chillig. Äh, nee, ich muss, äh, Freitag, das ist jetzt immer arbeiten, tatsächlich. Dann hatte ich Samstag frei und gestern frei und heute hatte ich Uni, ist ja auch frei. Und morgen arbeite ich und Sonnachendag und Freitag. Oh, nee, sie ist wieder da. Voll gut. Voll gut. Das chillig. Ja. Ist easy. So, 1337, perfekter Zeitpunkt, um wegzugehen. Easy easy. Ah, genau. Ich hätte's wieder tot sein. Ja, ich kann zu flächen. Nee, 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 nee. Alles gut, 30 Leben, ja, ne. necessität. Nee, 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 nee. Mamamamamama, mamamama. Ui. Ich hänge mit dem Löffel etwas hinterher. Doch das lęgt mich den Scheiß. Nice, Kana hat ihre Old gewasted. Cool. Nice. Ich glaube, ich dachte, ich bin so dumm. Man wollte eigentlich noch einkaufen fahren, habe aber jetzt ein Bier aufgemacht. Gehst du, Fuchs? Fahrrad fahren. Ich habe meine Old auch gewasted. Ich fahre einfach noch und fahre trotzdem einkaufen. Sollte aber, weil der fuck... Oh, nee, das sollte er nicht machen. An sich, ja. Mein, äh, niemals. Aber an sich auch nein. Niemals, niemals. Was? I need mana. Easy, easy. Geh sonst back und hol dir mal Frostfang. Okay. Drop noch ein, ein Spell. Drop in for me. Drop in for me. Drop in for me. Drop in for me. Ja, warte ich. Ich bleib hier noch. Ich bleib hier noch. Ich bleib hier noch. Ich bleib hier noch kurz, wenn die das einwechseln. Oh mein Gott, wie ich sie fast noch bekommen hätte. Lulz. Und no. Da, es geht weg. Wo ich ewig kann, dass ich zu spülen. Weib ich. Danke. Danke. Weißt du, was du willst mir fragen? Vielen Dank, du Barsch. Frostfang heißt das. Glaub ich auf deutsch. Frostfang? Ja, Frostfang. Gibt's. Ist eigentlich das Item, womit man als Support anfängt, wenn man einen AP-Support spielt. Oh nein. Passiv-aggressiv beleidigt. Oh, was macht der Spaß denn? Oh, lol. Oh, das ist gespürzt. Junge, das ist der größte Troll, den es gibt. Lol. Nice, Knuckle. Ich wusste gar nicht. Halt die Fresse, Mann! Halt die Fresse, Mann! Ey, Bruder. Wer jetzt? Lass es nach. Lass noch mal, Daniel. Na, Spaß. Matchbox-Autos. Nockel, ich kümmert drauf. Ich will kill. Du stirbst eh. Ja, ich bin tot. Binnen dir. Mach ne Gönnung raus. Den krieg ich nicht. Darauf selten der Scheiße. Unsichtbarkeit an. Nein. Nein, nein, den krieg ich nicht. Nico, das hat niemand gesehen. Unsichtbarkeit. Ach, du bist die unsichtbarkeit. Du bist die doch. Alter, ja. Das war schon geil. Was war das denn? Wenn ich unsichtbar reingehe, ich wollte ihn halt eigentlich nicht fighten. Ja, und dann hast du ihn trotzdem gefeitet. Ja, und dann hab ich gedacht, jo, und dann... Das letzte, was ich KZX gespielt hab, da... Alter, war der Berliner besetzt. Trash Jungle. Ach, cool. Ich hoffe, gleich die Sinnen zeigt dir wie man's macht. Ey, ich pick gleich die Sinnen zeigt dir wie man's macht. Hier links vor uns Anna ist im... Hast ihr Anna? Anna, wer ist Anna? Yeah, Annie. Aber das ist fast das gleiche. Oh, ich bin tot. Ja und tschö! Oh, ich bin doch nicht tot. Tschölich. Dave. Können wir mal mit-lane töten? Ja, chill, ich hab grad noch mein W cool. Ich bin nicht ohne W auf sie engage und so weißt? Marc, dann hat keine Hulls, Jungs. Wir sehen. Ja, das könnte Richtung Bot-Land nicht auf dem Weg sagen. Arno, Tho. Komm mal runter, nicht, dass ihr euch gleich cd-fen will hier. Yo. Ist doch schon dabei. Yo, yo. Das tut nicht so gut. Ich hab jetzt eigentlich an Katerina gedacht. Die Leute, wie dumm sie ist. Ja, ich bin so weit noch. Ich bin so weit noch. Hey, Daniel, du bist trash. Jurer Trash, Junge. Ah, Simba beißt nicht in meinem Fuß, während ich Nico reddum. Guck mal, Junge, was haben die denn? Haben die Doppelheal, oder was? Haben sie nicht einfach mal so krass gehebt grad. So. Ähm. Aua. Good job. Äh, Katerina ist immer noch Mist. Ich hab keine Angst. Nächst tot. Können wir Drake machen, bitte? Die ist ja komplett geboostet, alter. Drake. Hat sie dir überhaupt Damage gemacht, oder? Ja, ich war voll live. Teddy, welchen Gegenstand soll ich mir eigentlich als nächstes bauen? Was immer du fühlst. Was immer du fühlst. Was fühlst du, Nico? Gar nichts. Leere. Was ist mit Schuhen? Ist es Waste, oder kann man sie holen? Ey, du brauchst keine Schuhe in dem Spiel. Okay. Wir töten den. Warte kurz noch nicht. Warte kurz noch nicht. Warte kurz noch nicht. Ist das Mr. Krabs? Du könntest dir Phantom Dancer kaufen. Phantom Dancer. Oh. 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 Hier, hier, hier. Guck mal, ich hasse sie, ne? Riii. 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 Let's go Phantom Dancer. Hey Dagger, let's go. Juni, ich koch mir jetzt immer Phantom Dancer auf Z. Nice. Einfach nur, damit ich durch Minions durchlaufen kann. Das ist einfach. Das ist einfach. Der größte Ding. Weil der Block einfach zu hart ist, ne? Ja, ist halt echt. Fuck halt gar nicht. Oh nein, sie werden gleich mein Pink Ward clearen, Leute. Was soll ich tun? Den Ward clearen? Taunter clearen. Weil er hat meine Jogard grad den. Haha. Er hat grad seinen Queue auf den Ward gemacht. Was ist los bei dem? Komm mal, Bottli, Jungs. Wir können ja was machen. Alles klar. Ne, Knut nicht unbedingt. Alle außer Knut. Das ist klar. Jo, Katharina, komm, Bottlin, ich komm. Ne, es kommt der Jogard Bottlin, glaube ich. Ne, es kommt der Jogard Bottlin, glaube ich. Ich wünschte, sie wird noch mal so hart engagen jetzt, ne? Oh, oh, das wird knapp. Das wird knapp. Ich versuch ihn. No, bueno. Na ja. Ich kann mal nix machen. Kann der Bär nicht gestunt werden oder wahr gestunt werden? Wer kann nicht gestunt werden? Booster. Jungs, ich dachte, ihr kommt Bottlane. Ich soll ja nicht. Ihr seid Cancer, Alter. Ne, du bist Cancer. Ich hol mir kurz Double Kill wieder. Ja, okay. Die Annie geht weg. Spring mal rauf. Vertrauen mir. Hab nix. Ja, fick dich, du Hundengeld! Halt Spaß. Ich pushe den ein bisschen aus. Nur Spaß, Jungs. Alles ist kapiert. Das schreibt deine Gegner wahrscheinlich auch immer. Ja, aber war nur Spaß. Wir sind alle Hunde. War nur Spaß. Oh mein Gott. Kannst du den Ward clean, clean den Ward clean, clean den Ward clean. Nice. Haram, haram. Auf der Eskalation. Nee, du musst erst so den Flash rausbaten. Ja, das... Mach mal den Flash. Oh, lass mal den Tower pushen. Peace. Ups. Naja. Stress mich mal nicht jetzt hier. Oh, sie hat mich noch getötet. Oh. Oh. Pass auf, sie ultit gleich und denkt, sie kann uns irgendwie... Ulten. Oh. Oh no. Sie hat zu früh gemacht. Arrrr. Da wollte ich kein Essen. Oh fuck. Ein kleines Mädchen. Boah, da musste ich ulten, um da irgendwie halbwegs... Komm gleich mal ein Botland, ich muss ja Kai'Sa töten. Sollen wir die töten? Ja. Ja, jetzt ist sie ja schon quasi tot, Digga. Ich hab halt keine Energy mehr. Digga. Digga. Haram, haram. Einfach eher drücken. Oh mein Gott. Sorry. Jawoll. Und raus aus dem Tower. Ich hatte keine Q-Energy, Klu, das tut mir leid. Sie wäre halt eigentlich ins hinweg geplatzt. Aber... Ich weiß, ich hab's auch irgendwie... Ja. Wie das denn heißen ist. Immer diese Energy. Energy. Äh, Yasu kommt glaub ich fort. Ja, töten wir auch. Nicht. Wenn ich doch nur so schnell Energy rechargen würde, wie Alkali. 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 Ich bin auch da. Ich bin auch da. Ah, fuck. Naja, aber zu spät. Zu früh der... Nockel, wo ist die Combo, Junge? Nockel und Combo, Junge. Get fucked, boy. Shit. Ich werd noch mehr gefakt. Ah, fuck. Und tschüss. Ah, ich bin so ein Profi. Ah! Richtig. Leute, wie einfach alle Gegner auf der Botlane waren. Außer Kalorina. Hi. Du hast genug Töte. Nö, kann ich nicht. Doch, klar. Ja, ich bin da. Ich sitze aber, dass ich KZX... Die war isoliert. Du warst extrem fett Schaden. Ja, aber Dani war nicht da. Ich wär auch nicht alleine den ganzen Spaß. Wer ist denn da gewesen? Ja. Ja. Humus und weh und... Und Ultimaid. Das letzte Mal, dass ich KZX gespielt hab, da stand die Mauer noch. Aber da hab ich mich genauso schnell bei Wege, egal welchen Schärfung du gespielt hast. Da gab es noch wahrscheinlich noch Legends. Da echt so. Ist so. Der lügt mich nicht an Knut. Lügt mich nicht an. Der lügt mich nicht an. Der lügt mich nicht. Genau das war ich. Heute Nacht. Ja, irgendwie. Oh, dann macht Barron. Ja. Barron. Ja, halt diesen, diesen Barron-Verschnitt. Harald. Der Harald. Oh, da flasht der. Kann er nicht. Hat's nicht. Kann er nicht. Er hat keines mehr. Tamam, tamam. Ich will rüber. Egal, machen wir das Ding halt. Ich wollte ihm noch kein Essen, Junge. Kaiser? Ah, ja, wie viel Damage mir der macht. Nicht wirklich, oder? Ich habe leider keinen, keinen, äh, Smile. Die, ist alles gut. Wir polieren einfach raus, komm. Polieren aus dem Pit. Nico, spielst du auch Deutsch? Ja. Hier. Jungs, wie heißt Lich Bain als, äh, Ruch des Lichts. Ruch des Lichts. Ruch des Lichts. Ruch des Lichts. Tamam, tamam. Das kannst du ja kaufen, wenn dein Phantom-Tänzer fertig ist. Nice. The Pre-Mate ist wirklich real. Let's go, boys. Sounds lit. Yeah, I'm hyped for it. Yeah, Flash, any being any must be so much fun. Oh my God, oh my God, Nico's escape is einfach, Jugo. Well, Danx6ix9. Ah, Alter. Man, wir halten das. So F gespampt. Daniel, du bist du, Bruder? Ah, kann man nicht treffen. Ja, kann man nicht, natürlich. Insane. Wer hat Angst vor ihm? Wer hat Angst vor ihm? Wer hat Angst? Ja, ich. Alle. Wer hat Angst vor ihm? Wer hat Angst vor Gragas? Wer hat Angst vor Gragas? Wer hat Angst vor Gragas? Komm hier, komm, Harald. Alles gut. Das war, war nicht so, so schmach. Ja, ich wusste ja nicht, dass wenn ich den kanalisiere, dass die Insten angegeiert kommen, ne? Die waren doch alle da. Da muss man ja, da muss man mich auch mal einen Schutz nehmen jetzt. Der sagt, es geht in die Mitte und ich mach hier oben. So, jetzt geh ich auch zu Fuß in die Basis. Alles gut. Die kommen alle jetzt in die Mitte. Jungs. Ja, ich wäre fast in die Knock abgelaufen, ne? Der sieht so anders aus jetzt. Hm. Viel Spaß. Also ich wollte tatsächlich nur die, den Fahnen hier holen und dann... Da hat er gedacht, ich war ein Auto drauf. Ja. Achso, nein. Alles gut. Du kannst ruhig. Dingsten. Das war's jetzt auch schon. Jetzt bin ich mitgegangen. Das war's jetzt auch schon. Lass dich von Sadie nicht so hart einbüßen. Guck mal sagen. Lass dich nicht so trollen wie andere Teammates hier. Oh, was? Hast du gedacht, oder was, Alter? Du gierige Lachs, Alter. Große. Was macht die Anni da? Äh, tschüss, du Fotze. Ja, ja, der Bang, Junge. Alle rauf. Alle Drufter. Da kommt Knut eingesprungen. Wiii. Oh mein. Oh mein Garsch. Nice. Nein, das war gar nicht lieb. Oh nein. Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududu. Du hast ja einfach so meinen Ass gesaved, ne? Ohne Scheiß. Ja, ich hab halt, ich hab halt mit E und, E und Heal, Daniel. Ja, Mann. Heilen ist die Essenz des Analverkehrs, Daniel. Okay. Ist halt, ist halt so, ne? Ist halt so, Junge. Bam. Autotag. Du weißt doch, Sadie. Du weißt, muss auch wieder Verfluss. Ja, der Schaden warte doch in meinem Keller, Junge. Ich merke das schon. Alter, machst du Blutlöster first, oder? Normal. So spielt man Draven. Echt? Ich hab keine Ahnung. Wenn man 0-4 stand bis eben. Und irgendwie 5 gebannte Accounts hat. Alter, Leute. Komm ran, ich gib's dir, du Olle. Funz. Komm, Junge. Funz, Junge. Funz, sagt er. Funz. Funz. Hannes. Hannes ist Berg am Start. Hannes. Hannes ist Berg am Start. Oh mein Junge, ich hab Brot am Start. Hannes ist auf trocken am Start. Äh, trocken. Okay, ich hab keine Lust mehr. Tschüss. 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 Anzeige. 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 Mach's einfach Oh jetzt kommt die Sadie Dravenflays Junge sie denkt Sie denkt Oh Knut Vielleicht wie der Draven Kha'zix pre-made alter That feels bad Geh weg bist du dumm Oh Leute Ich hab... Alter Ich hab auf Knut geguckt Du bist so ein Troll Du bist so ein Troll Junge Durch dich konnte der Yasuo an mich ran Junge Du bist so ein Troll Fick dich Fick dich Ach was ist das denn Good Job Endlich Also wenigstens einer der hier seinen Job macht Niko Dankeschön Das tut mir leid zu dir Ich hab noch nicht meine Assists bekommen irgendwie Ich war halt nicht daran Ne ich hab geguckt wie die Karina tötest und chase weißt du Aber ich hab keinen Assists bekommen eben recht Hast du nicht einen Killguck? Ja eigentlich Ich weiß es gar nicht Muss ich gucken Sehr gut einfach weiter rein böllern Genau so Da hast du mal schön das Seel aufwege Hä ist doch richtig Das Seel auf eure Kalkos Daniel jetzt Troll ihn mal nicht Niko wie viel hast du eigentlich von deinem Schwungentanz erfährt? Äh jetzt gleich Ich hab jetzt Ich brauch noch 100 Gold Dann hab ich den Nice Warum verarsche den Jungen so Danach Danach Fluch des Lichts Vergiss das nicht Hä ich wusste aber richtig nice mal wieder mit Niko League zu spielen Muss ich halt was ehrlich sagen Ich hab gar keine Ahnung wovon er redet Aber Aber Nein Danach Fluch des Lichts Das Item Okay Ja hab ich mir nicht gedacht Junge hört mal auf wie zu trollen Alter Ihr seid so beschissen Junge 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 Die Verwaltungen haben zu nehmen Niko Niko Ich mach ich Ich hab mich nicht mehr angesprochen gefühlt Oh Oh So wie ein Tanzen bis Niko du kannst mit dem Kopf Kommt Niko 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 Okay Danach würde ich mehr in Dornpanzer holen Weil die Gegner haben schon recht für die Spiele nicht denkt Danach so Danach kam ich mit Gruber Gubepanzer 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 Ähm Leopardpanzer Sogekreis wird ab 4 Pass auf die Ulti gleich Oh Prost Ja hast du gedacht Digga ist das ne Fotze Das ist ne Fotze Du bist tot Ja schon ein bisschen Haben die dich gerade mal ignited? Ach Junge ich hasste mein Leben Ja ich hasste dein Leben auch Ja man Niko Hi please Und ich mag Erdnussbutter Die ist echt nice Merci beaucoup Merci beaucoup Was für ne Ding? Oh Zur Mitte bitte Titte Zack 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 Von runter bis vom Sack Alter Junge Alter Junge Naja wo wir gerade schon mal hier unsere Reichweite nutzen können Shoutout an den Typen von Ibakernern zeigen da einfach nur ein Spasti ist Wer hat Yasuo gebeatet? I bims halt rein das 2Hit für den Ich glaub Setti war's oder? Ja Setti Hä? Jungs ich krieg nach dem Game erstmal 4er Honor bitte Ne Du kriegst ein Report noch rein Boah Junge ihr könnt mich damit halt echt banen Das wär so witzig Tomom 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 Ich hab andere Leute gefeiert Hä? Also jetzt bin ich grad gegen das so gestorben 6,5,4 ist doch perfekt Nein aber wenn Wenn Ähm Ah Jungs das alles kein Problem Ich kann ihn später one-hitten Mhm Ja ok Wie lange brauchst du noch? Äh ein Item Definiere später Also ein Item Dann brauch ich bisschen Skill Und dann passt das Und noch mehr Item Skill of Z? Dann äh Dann Dann auch ohne Skill Aber momentan brauch ich den noch Weil er 3 Level über mir ist So ihr kennt das Kannst du versuchen? Ja ich hab ult Skill of Z? Ja Kannst du als erster Du bist bisschen Tank gegangen so Ja Daniel will nur nach KDA spielen Mal wieder Ja ähm Lach ich ja Hat der gut funktioniert Huuuuh Flex Ich komm dir entgegen Bruder Alter Bruder Stay alive Du 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 Ah 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 Habt ihr denn überhaupt Schaden gemacht? Nö Nö Typical Yasuo Achtung Katharina ist da Ist er die? Über dir? Ja die kriegen wir die kriegen wir Oh mein Gott Knut dein Damage ist amazing Amazing Oh nein das war nicht gut Sorry War auch nicht gut Du bist aber Arsch Und jetzt springe hinterher und rein Kann ich nicht Womit? Oh doch nicht Gib mir die Items Geh lieber zurück und bleib die Base knut Ja ok Ich kann dir nix doch stunnen werden Ich will ihnen nicht gesagt und nicht angreifen Tatsächlich Und der KZX Plays sind einfach zu eingerostet Junge ey wir halt gestorben Das wusste ich sogar ehrlich nicht Wir hätten Ok wir hätten Ich dachte jetzt auch nicht Wohin hab ich das gemacht irgendwie Und dann ist er durchgelaufen Ich glaub wenn ich ihn direkt stunne drauf Dann halt nicht Kommt deine Hilfe Was kann sein noch Ja ich muss kurz mal live snacken Und weiter gehts Der live snack Ich bin da Junge er ist wieder full live Er ist wieder in den Minions Und ich bin tot Jetzt ist er tot Er ist tot Junge Da kommt Nico und will direkt abgeiern Das ist nix geleistet im ganzen Fight Oh das war ein bisschen dumm Das war ein bisschen gut Alter wo kommst du denn her? Das ist nur von der Mitte halt Ist das ihr Skill? Oh nein das ist ein Skill 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 Nein das ist sich dahin teleportieren Ja das ist ihr E Das ist die Taste E die sie gedrückt hat Um die E Fähigkeit zu absolvieren Wo finde ich die auf meinem Wehnungsrechner? Bei Windows-Taste. Oh Leute, jetzt hätte ich survived, Alter. Nein, er wird gegessen. Yummy. A schwule Annie. Da wurde immer hart weggebürstet. Mit der Schambürste. Mit der Bürste. Wo ist die Kaiser, Junge? Wo ist die Kaiser? Da ist sie gelaufen. Boah, ist die... Nein, die... Hä? Bist du blöd, Alter? Bist du ein... Counter Ward. Oh nein, Yasuo, fuck. Ähm, Bass Tor, please. Boah, Alter, Nico's Stun sitzen einfach, Nico's Stun sitzen einfach. Oh mein Gott, Nico's tot. Ich hab da oben schon gedrückt, aber so schnell kann er nicht laufen. Barf, barf, barf. Du kickt mich nicht. Echt, nein, ey, kickt mich nicht, Junge. Jetzt jetzt töte ich Daddy, töte ihn. Ich hab keinen W, ich kann ihn nicht töten. Ja, natürlich. Ich glaub an dich. Jetzt wird Teddy zusammen. Hallo. O-M-G. Perocufale Snow. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.